Mahlzeit! Willkommen zurück zu Deadlight Folge 9. Ich musste gerade noch mal das letzte Stück neu spielen, weil das Spiel mir ja einfach abgekackt ist im Pausemenü. Jetzt krieg ich die verdammte Tür schon mehr nicht auf. Na komm, das geht nicht. So geht's. Ich muss erst die Waffe wegpacken. Ja, ja. Kein Stress. Oder doch Stress. Ah, der Helikopter hätte mir geholfen. Verdammt. Das ist jetzt echt schmerzhaft. Warum will denn der die Tür nicht? Ja, mach doch die verdammte Tür ob, Mensch. Na, böser Helikopter. Böser Helikopter. Geh weg. Boah. Boah. Ich hab's aber anscheinend überlebt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Immerhin der Hubschrauber ist jetzt hoffentlich mal ne längere Zeit weg. Und ich bräuchte Medipack. Ah, jetzt kommen wieder die Erinnerungen zurück. Da ist er eingewickelt in blumenbeflecktes Papier. Der Anhänger meiner Tochter Lydia. Auf dem Papier steht im Kinderhandschrift geschrieben. Folge dem Weg, den du mir gezeigt hast. Wo bist du? Däunig bin ich! Wo bist du? Däunig bin ich! Verdammt. Was... Was ist der Warte mit dir? Warum bist du nicht schrauben? Sie haben mich fast überrascht, Mann. Die Ratte... Ich bin sorry, ich... Ich sah sie. Es gab niemanden da. Nur die Schäden hinter dir. Los geht's, durch hier. Die Ratte... Der Ratte weiß, dass du hier nicht wieder rauskriegst. Ich werde dich verraten. Du wirst lernen, sich selbst zu behandeln. Ich habe herausgefunden, wo deine Freunde sind. Sie haben ihn zu dem Stadion, vor kurzem. Der Stadion? In dem Beginn, es war der safesten Ort in all of Seattle. Auch mehr als die Spaceneedle. Eine Fortressen von hohen Stadion, beschädigt durch die Militär. Aber heute... Sie haben ihn in ein schlimmer Ring der Hell. Und was für meine Frau und Frau? Was für sie? Ich sah und hörte. Ich konnte es nicht finden. Wenn sie von diesen Männern wurden, auch deine Freunde wissen. Ich muss jetzt gehen. Ich habe zu viel Zeit verloren. Warte, Herr Waite. Diese Männer sind gefährlich. Hm, habe ich gemerkt, ey. Wenn die direkt auf alle Kinder und Leute ballern, die in Häusern rumeiern. Immerhin, der Rattenjunge ist wieder da. Wenn ich den Parkplatz überrasse, komme ich zu dem Stadion, das als ein sicheres Platz für Gehörer. Was? Na, hör doch ob, ey. Muss ich dir jetzt alle wieder metzeln oder? Muss ich dir jetzt alle wieder metzeln oder? Das überlebe ich schon nicht. Hammer, ey. Keine fünf Meter aus dem Ding rausgekommen Nein Ja du hast fast keine Ausdauer mehr und kein Leben mehr Hammer Wenn ich die Szene jetzt aber auch nochmal drei Stunden lang sehe, da kriege ich echt einen Rappel So Ab die Post Geht nicht, kann ich durchrennen Türen kriegen sie also nicht auf Ja, was geht denn hier ab, äh Leckt mich fett Wie soll ich denn da auch nicht durchkommen Hau ab Boah, Junge Lass mich da durch Ich will das Intro nicht nur hundertmal sehen So An denen komme ich schon nicht mehr vorbei, jetzt habe ich so viel Zeit verloren Und Feierabend Zu viele Boah, ätzende Stelle Da ist der Helikopter mir ja noch lieber Ach Nein Boah, ich hätte es fast gepackt Jetzt habe ich es kapiert Scheiße Ah Er hat aufgegeben Komm Ruhe Also einmal den Parkplatz überqueren Ja Ich darf es auch einfach nur untersuchen Hui Ah Äh, wie war Nachladen nochmal Ah, brauche ich gar nicht, gut Magazin ist noch voll Komm Hey Ui Matsch Parade Komm her Komm Mhm mh noch mehr Zombie Passagen oder wie jetzt haut doch mal ab, ey, das gibt's doch nicht jaaaah komm wenn du jetzt nicht springst, verreckst du Junge Feierabend jetzt hier muss ich wieder nach oben oder das wollte ich eigentlich eben auch das habe ich schon wieder so viel Leben gelassen für nichts und jetzt ist er tot juhu in der Tür verreckt gibt's gar nicht die mache ich jetzt einmal Matsch damit hier renne ich durch und direkt hoch, 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 hoch und ab die Post komm komm, gib Gummi boah kippen hier ab, ey kippen hier ja, einmal über den Parkplatz und es fängt an zu ruckeln das Spiel was ist das denn gut, dass ich da gar nichts sehe was da passiert der hat mich im Sprung gekriegt der hat mich im Sprung gekriegt oder was komm na komm jetzt hör aber auf, ey Alter ich krieg die einfachsten Dinger nicht mehr hin ein paar Zombies ausweichen oder wie jetzt kommt der Rest auch noch hier hin was geht mit dem jetzt mich verarschen hier und tschüss alter ich kann doch nicht hier so abkacken so du bist weg da komm ich jetzt nicht dran oder wie wie komme ich denn da hoch, hoch, hoch Ach, ist aber nett hier. Hör auf, ey. Warum will der jetzt nicht springen? Darüber springt er, aber schafft es auf keinen Fall. Geil. Putsch. Hm. Und wenn ich einfach da hinspringe, das will er gar nicht. Mag er nicht. Tschüss. Ach, brauche ich mich gar nicht mehr wehren. Bei so einer Horde bin ich direkt im Eimer. Hm, das könnte ich jetzt auch wieder vergessen, effizient zu regeln. So, und nächster Treffer bin ich platt. Und das war halt auch. Ja, komm. Einen hast du noch. So. Hm, da will er.